Hallo Chef, guten Morgen. Chef, du auch diese Weltmeisterschaft schauen? Nicht schauen, warum Chef? Die schauen auch nichts, wenn du auf Baustelle schwitzt. Okay, hast du recht, hast du recht. Aber wenn zum Beispiel Feierabend, dann nach Hause kommen, Kaffee machen und Fußball gucken. Du, wichtigere Sachen machen zu Hause, okay. Was machen Chef? Geld zählen und Scheine sortieren. Verstehe, verstehe. Aber du schon freuen, wenn Deutschland gewinnt, Chef. Du freuen, wenn Baustelle vor Termin fertig, alles klar. Chef, komm heute bei mir, dann wir zusammen ein Spiel schauen. Nur wenn ich gewacke, die Grillen und du nichts bringen, außer Hunger. Keine Problem, Chef. Ich schon gucken, dass du zufrieden bei mir, wie ich bei dir auf Baustelle.